Guten Morgen liebe YouTube-Freunde, Bauer Halsi spritzt seine Kürbis, ich muss denen nachhelfen, wie gesagt, wie schon mehrmals gesagt, sie wollen nicht so recht. Jetzt spritze ich Epson Mikrotop, Mantrak, Flüssigdünger, Tracer, Pordrak. Und noch 1.10 gegen falschen Mehltau. Ja, da muss man fast den Doktortitel machen, bei solchen Spritzungen. Die Ranken reingelegt, die Fahrgasse da, mit blauer Farbe markiert, da muss ich nicht lange suchen. Sehr siegerat. Ja, ich musste mich da sputten, es ist bereits halb 10 und der Regen kam nicht und es wird warmer. Darum muss das schnell gehen. Mit den vielen verschiedenen Mikronährstoffen, Flüssigdünger und so, ich will mir da nicht noch die Pflanzen verbrennen. Das wäre dann das Schlimmste. Ja. 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 Ja.